Hallo euch allen, da sind wir wieder bei ManNFL19 im Turkey Bowl. Kurz vor der Halbzeit, das heißt, wir haben die vierte von acht Challenges zu spielen. On a case roll. Up 10 to nothing in the first half of the Turkey Bowl. Your defense was feeling a little too confident. The Gobblers have managed to run through LT and his All-Stars and gotten into the Red Zone. Keep them from scoring at all on this drive. Ui, das wird aber ne Nummer. Also wenn die schon in meiner Red Zone sind, die soll verhindern, dass sie nicht nur, dass sie keinen Touchdown erzielen, sie dürfen auch keinen Field Call erzielen. Und da wir erst, da wir noch nicht im vierten Quarter sind, wo es auf Teufel kommen raus hieß, ich muss in die Endzone, wird es vor allen Dingen schwer, den Field Call Versuch zu verhindern, beziehungsweise den zu vereiteln. Ein Turnover müsste her. Da bin ich mal gespannt. Weil ich glaube nicht, wenn sie in der Red Zone sind, dass wir sie so gut mit Blitzen nach hinten schieben können, dass sie den Field Call Versuch gar nicht erst probieren, sondern pannen werden. Also sollte das Ziel sein, vorher vielleicht schon ein Turnover zu kreieren. Das wird also schon eine kräftige Nummer. Erster Versuch und 10. Entschuldigung. Thunder Smoke, wir blitzen. Ich muss hier jetzt wirklich aggressiv vorgehen, sonst habe ich hier keine Schnitte gegen die Jungs. Los geht's. Aber wisst ihr was, wir machen noch Strip Ball. Mache ich ja normalerweise nicht. Ihr kennt das ja, es gibt da sehr schnell immer diese besagten Face Mask Strafen. Aber wir müssen einfach aggressiv spielen. Overstone Brave, ich habe jetzt auch die Pass Rush Option auf aggressiv gestellt. Also jetzt ist hier wirklich alles Aggro, was unser Trikot trägt. Come on, let's go! 3,38! Letztendlich kein Hard Count. Ja, damit ist der Drop schon gelutscht. Sauberer Touchdown. Und es geht sofort weiter. Ich habe das Gefühl, das könnte eine längere Nummer werden hier. Erster und 10. Von der 20. Sieht so ist ja Micro Blitz ausgewählt. Also wir lassen auch immer noch hier alles auf aggressiv. Und ein Riesenloch in der Mitte an der 13-Jag-Linie. Eieiei, Freunde, das sieht nicht gut aus. Undersmoke. Zweiter Versuch und drei von der 13. Da ein Turnover zu generieren. Da kamen wir zweimal durch. Hemi, Hemi, musste überstürzt werfen. Aber war natürlich meilenweit von einem Turnover entfernt. Temperaturen, die Cover-3, ja, ich versuche mal die Cover-3-Match. Dass ja vielleicht irgendwo ein Pass abfangen können. Dritter und drei. Jackie, Jackie geht in Motion. An der 1-Jag-Linie. Wirkt momentan nicht so, als ob ich da irgendwo irgendetwas gegen unternehmen kann, ehrlich gesagt. First and goal. Und der eine hat den Wert. Ich sitze jetzt. Eine andere Chance hatte ich nicht. Und da ist der Touchdown. Eieieiei. Also das ist aber mal wirklich herausfordernd. Cover-3-Sky, wir sitzen jetzt mal nicht. Damit haben wir ja nicht wirklich Erfolg gehabt. Das heißt, ich gehe jetzt in eine ganz normale Sound-Defense. Erste Versuchung 10. Langer Pass, aber überworfen. Gott sei Dank kann ich schon sagen, weil ich habe nicht gesehen, dass da irgendeiner meiner Verteidiger in der Nähe waren. Allerdings, es war auch kein Receiver in der Nähe. So, wir gehen jetzt in eine Man-to-Man-Coverage. Versuchen wir damit mal unser Glück. Jo, das war unsere Defense. Ach, ich hasse das. Wirft ja nix. Zweiter Versuch. Thunder Smoke. Eben haben wir nicht geblitzt. Jetzt in diesem Versuch. Tepper? Das ist mein zweiter. Wer spielt denn hier? Football? Dritter und eins. Ich bin echt entsetzt bezüglich der Aufstellungen, die hier vorgenommen werden. Tepper ist mein, der hat doch ich noch nie mit mir gespielt. Das ist mein zweiter End. Das bringt nix. Du kannst wieder sein Encroachment. Das, also Encroachment können wir uns schon mal kommen. Das können wir also, die aggressive Pass-Rush-Geschichte können wir schon mal komplett rausnehmen. Also bei drei Versuchen kriegst du zwei Flaggen. Das ist irgendwie nicht besonders, ähm, nicht besonders gut gemacht. Erster und zehn. Erster und zehn. Erster und sechs. First and goal. Wir brauchen ein Turnover. Second and goal von der Five. Ein Jahr Traumgewinn hat diese Geschichte hier gerade gebracht. Edge ist Ding. Wir blitzen jetzt durch die Mitte. Alter, wie soll ich denn hier ein Turnover forcieren? Ich bin doch froh, wenn ich keinen Touchdown kassiere, wenn die am Ball besitzt sind. Ja, 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 ja. Da haben sie sich jemand einfallen lassen. Gut, ich muss zum Knobwerp können längere Nummer werden. Da müssen wir aber jetzt gemeinsam durch. interception ich glaube nicht das ist schon die mit einem seltsamen anzusehenden laufstil ich mache jetzt keine pick six weil ich will dass diese challenge vorbei ist und das ist sie jetzt wir haben es geschafft bis zum nächsten mal